Hallo, Moin, Torben Hansen, Verteidiger bei Kummerfeld HSV und das Ganze mache ich für CK9. Ich bin Hannes Schulz, auch Verteidiger vom KSV und wir bannern jetzt erstmal eine Runde. Mein Name ist Fabio Urban, ich spiele im defensiven Mittelfeld beim Kummerfeld HSV. Möge das Glück mit mir sein. Hi, ich bin Moritz, 23 Jahre alt und ich sitze immer ganz links auf der Bank. Hallo, mein Name ist Björn Hinries, ich spiele im Kummerfeld Linksverteidiger. Und bin der Dienstälteste und wurde heute noch mal eingeladen, hier mitzumachen. Moin, ich bin Alex, Torwart beim Kummerfeld HSV. Und ich zeig den Jungsprunnen jetzt mal, wie man ihn an die Latte nagelt. Der ist für dich, Yannick. Moin, mein Name ist Dominik Berlin und ich spiele im linken Mittelfeld bei Kummerfeldersportverein. Und ich treffe ja lieber ins Tor, aber wenn man mal die Latte treffen muss, kann man das ja auch mal machen. Moin, ich bin Marcel, Sechser und Bubb-Bubb. Moin, mein Name ist Bummer. Und ich spiele in der Innenverteidigung. Mein Name ist Fabio Likwanski, 32, Abwehrspieler. Und wenn ich treffe, dann gebe ich eine Kiste aus. Komm, Pettiken. Das ist gut, das ist gut. Das war die Anfahrt. Das war die Anfahrt.